So, jetzt und so kommt heute auch mit freundlicher Stützung wieder von Squarespace. Make a beautiful website. Get started, klickst du an, dann suchst du dir aus eine Domain oder eine Seite. Store in Deutschland nicht so gut, weil nicht nach deutschen Rechtsvorgaben. Aber die Webseiten, die sind sehr hübsch, die gehen los bei 11 Euro im Monat. Ihr sucht euch eine Website-Vorlage aus. Was machen wir heute? Restaurants wieder? Nachdem wir schon Essen auf dem Tisch stehen. Können wir da bitte mal neue Restaurants beantragen? Das sieht gut aus. Das kannte ich auch noch nicht. Das ist irgendwas mit Ei vermutlich. In Hongkong? Ja, richtig. Ich glaube, die Adresse ist nicht ganz echt. Man kann auch mit Squarespace so eine Seite bauen. Mit einem gelben Rahmen, wenn man das unbedingt möchte. Das geben die Vorlagen auch her. Und gerade wenn es so eine Restaurant-Webseite ist, dann ist halt das Einzige, was man dort braucht, das Menü, die Öffnungszeiten und fertig. Und halt einen Weg. Vielleicht noch einen Apple-Google-Maps-Link und vielleicht einen Facebook-Link und ein Twitter-Dingens. Aber das ist alles sehr einfach zusammen zu klicken. Und die Sachen, die man dort essen kann, sehen auch gut aus. Grüner Tee mit gerüstetem braunen Reis steht da drauf. Kann ich ernsthaft empfehlen. Was für einen Wasserkocher braucht man denn da, um den grünen Tee korrekt... Also du brauchst auf jeden Fall einen, der das Wasserungleichgewicht ausgleicht. Also dass, wenn man gießt, dass das nicht einfach überall hingeht, sondern dass das Wasser genau in die Tasse reingeht. Sonst Wasserschaden. Das fliegt die Sicherung, da ist die Website offline, das will man alles nicht haben. Geht man einfach zu Squarespace mit seiner Website. Da ist die Sicherung nämlich bei denen im Rechenzentrum. Genau. Die haben da ihren eigenen Truck stehen und das passt halt. Also ihr könnt dort den Gutscheincode weiterhin Bits verwenden. Erstmal für kostenlosen 14-Tage-Tests bei Squarespace. Könnt ihr mal ausprobieren, wie es funktioniert. Daten aus einem anderen System importieren. Auch testweise einfach mal schauen, wie sieht meine Website aus, wenn ich die in so eine Template von Squarespace reinschmeiße. Wenn ihr nach 14 Tagen nichts tut, ist die Seite einfach wieder ausgeknipst. Und wenn ihr sagt, das ist gut, dann nehmt ihr den Gutscheincode Bits BITS für 10% Rebat auf den ersten Kauf. Wenn ihr ein ganzes Jahr nehmt, dann ist die Domain gleich mit drin. Oder ihr zieht eure eigene Domain dorthin. Geht auch. Und jetzt auch mit SSL-Support auf Custom Domains, was neu und toll und wichtig ist. Er hat hier einen Squarespace für die Unterstützung.